hallo herzlich willkommen hier zweiter folge hier der karte mit marx version 2.7 der kollege ist angekommen bei der zuckerfabrik jetzt schicke ich ihn mal zur bgh da oben abladen hacke zu Ne, brauchen wir Milchfutter, Raps, Sand, Rohlager, Gärreste Wo ist das Ding? Bauerei, Hack, Hack Milchfutter, Plastik Das muss jetzt sein Absenken, Junge, absenken Kurvengeschwindigkeit Noch mal langsam Jo Da legt den Zahn zu, ne? Ist nicht die, wo er hin sollte, aber egal Äh, Mist, warum starten, ne? Tag, Mu Ich habe schon 8, Wahnsinn Geben gleich Wasser Kommt ja hier Schnee rein He, sonst schiebe ich schon vielleicht Ah, Schneeverbindung Alles klar Wieso hängt er eigentlich so weit oben? Na gut Na gut Gut, dann haben wir auch gestartet So, wo haben wir den nächsten? Umtreiber Da Das Bier, bevor das so kalt wird Stadion wird zu haben, bei 2000 Und Ja, zweite Etappe heute Heute haben wir das Nachmittag-Folgen aufgenommen Und Da ich Mittagessen habe Und ich leicht müde wurde Habe ich nur entschieden Ja, weitere 5 Folgen zu machen 5, 5, genau 5 Ja, mal schauen Das ist die erste heute Das Verfahren Dann brauchen wir ein bisschen Um munter zu werden Dauert ein bisschen Das ist der einzige Nachteil Das wird gerade da Wo jetzt Schnee hingeschoben Und ein bisschen viel liegt Ne Aber das geht schon irgendwie So, sieh Ja, wir spielen auch im Winter glaube ich Ja, da ist er schon da Und sie haben sogar den Übergaberplatz freigeräumt Zack Pfeffer-Grillwürste da haben Schön salzig, schön gewürzt Das ist der Durst besonders groß Und dann gibt es noch extra Bier Da haben wir zum Schlachthof Auch hier Dauert Das ist der Durst besonders großartig, ja 400.000 das hat sich gelohnt das waren nur zwei Meter Räumen das sind drei normalerweise mal schauen gut, der ist angekommen muss ich gleich mal gucken, wo der andere ist ist noch viel zu räumen hier ob das gar nicht zukommt Palettengattons, so eine Minute so, schau mal durch normalerweise fährst du, gärst du aber gut schicken wir mal bäcke, bahnhof, baumarkt auf den Reh nehmen wir jetzt alle Verkaufstellen vor so, Stück für Stück so, das ist ein ich glaube, wir müssen einmal anmachen, äh, Schiefeschild dann gehst du zur Weberei so, das ist ein so, das ist ein ok bei der hinten genau habe ich nicht verkauft mich gestellt das gehört mir das ist ein ding normalerweise ist ja meins ich liefere alles hier her ach das ist der andere im entgegen super geht es jetzt? dann schieben wir nach links rüber normalerweise ist auch alles meins es ist voll ich will noch kurz entsorgen fahr mal ein glück weiter da hat er geschoben das ist ja okay wird auch Schiebeschild nehmen müssen das Feld gehört man nämlich ach und der so arbeitet na gut da ist einer hier der macht ja da fühlt er sich ne also geht nicht das Zau doch nicht rüber zu schmeißen so hinterher irgendwo will ich schon was finden da fahren sie jetzt hin angekommen bist du jetzt ja die andere wollte ich eigentlich mal haben was er verkauft da malzerig bauerei papierig bgh ja nur bgh ausladen könnte sein mal sehen ob das jetzt funktioniert fangen wir hier vorne an und dann die und die 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 Ja, genau, so wollen sie sein, den Nachbarn feuerhauen, ne? Ich sehe keinen Weg gefunden. Ist da kein Weg? Doch, nur die eine Richtung. Das ist natürlich ungünstig, ne? Ich muss kurz reingucken und planen hier. Und dann geht es in die andere Richtung. So. Das sieht auch in der BGH nicht an. Im Grunde könnte ich folgendes machen. Ich habe mir gerade so einen. Den nicht. Dann schicken wir den jetzt. Viehhandler. Dass ich praktisch einen Traktor nehme, egal was für einen, eine der Ranauter abfährt. Und den nur ein Schiebeschild vorbaue. Zum Beispiel. Rüben, Kompost, BGH, Nord, Ausladen. Den zum Beispiel auch immer nehmen. Nicht. Das soll es auch schon vorher gewesen sein. Die heutige Folge. Ich sage euch schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sind wir mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter hier. Bei der RS9-Karte-Marsch mit Schneeräumen und beliefern der Einzelbetriebe mit Rausschaffeln. Tschüss, ciao. Und auch der BGH Rübenstitze. Tschüss.